Hallo Heinz. Da sitze ich, komm. Ja, fahren wir gemeinsam. Das ist ein Ding, sag ich dir. Das ist ja, wir hätten ja theoretisch, wenn wir das, wenn man das gewusst hätte, hätte man gleich von vornherein, siehste, jetzt wird er schon ab, der Zug. Ja, siehste, da sitzt er sich in Bewegung. Ja, Heinz meinte, die Bus hätte, hätte man gleich gemeinsam von zuhause losfahren können, haben wir natürlich nicht gemacht. Die Schlaumeier vom Dienst natürlich nicht. Da siehste, da fährt noch ein anderer ICE da drüben. Hannover Hauptbahnhof. Siehste, jetzt fahren wir zusammen. Naja, pro Stunde hält ja, glaube ich, ein Mal an. Bis nächstes Mal weiß ich gar nicht, wo wir da halten. S-Bahn Hannover. Ach, siehste, die Hannover hat auch eine S-Bahn. Die sieht ganz anders aus als unsere. Ja, lustig. Ah, jetzt die erste Stunde war katastrophal. Ähm, ich hab gedacht, mein Kreislauf macht das nicht mit. Weil das Sonne hier bunt das die Schaukel und so und das sieht mich erst ein bisschen dran gewöhnen, weißt du. Aber jetzt geht das. Ja, für den Glück, dass du hier wirst. Ja, Katharina hat mich noch zum Bahnhof gebracht, Heinz. Wie ein kleiner Junge. Ja, ich hab gedacht, Herr Schildkunden und liebe Gäste und herzliches Willkommen. Wir mieten Sie, Herr Deutschmann, sofort nach Aachen. Mein Name ist Tantin Kuznia und wenn Sie die Fragen haben, dann schweigen Sie bei Sie und mich, hier in der Zetter. Wir wünschen Ihnen eine angenehme und entspannte Fahrt mit uns. Nein. Ja.